Was hat ich hier vom sterben? Präzisionsgewehr haben wir Okay, von wo kommen die? Oh, hi! Ein Handyman? Oh, scheiße Geh weg! Oh nein, geh einfach weg Nein, ich fall runter Oh, das war knapp Ja, ist auch gut so Na, jetzt sind wir mal gleich tot Jetzt sind wir tot Alter, da kommt so ein fetter Sack erst mal Und macht uns erst mal fertig, ey Hä? Öffne die Tür Bitte was? Das war jetzt los Hä? Hm Okay Tesla-Transformator Warum? Einfach mal hinbauen Warte mal, wenn ich jetzt das Ding nehmen, warte, warte, nein, den will ich behalten So Und Elektro Und Bam Ne, das bringt nichts Hier Okay Und bam Ich versuche mal ein bisschen aufzupassen jetzt Weg hier, komm Ähm Da Nein, lass mich doch hoch Super Okay Jawohl Und Putz hier ein Stein Mal ganz kurze Pause, Junge Ja, danke Oh, jetzt kommt er aber Mach ihn doch nicht immer so Gib mir das Ding Na, komm hoch Wo willst du denn immer hin? Mein kleiner Freund Aua Danke Und weg Das ist eigentlich das einzige Problem, das wir haben Und zwar der Typ Oh Oh Ich halb mich nicht so Oh Gott Und Zack Bleib da, wo du bist Danke Hier Obst, der Fett sei gar nicht so ein Problem Oh Okay Überlebt Huh Was, was, was Jetzt habe ich das nicht gelesen, nochmal zurück Was haben wir gerade aufgenommen? Ähm Brennender Heiligmensch Feuervogel Können wir zwei Hosen tragen? Perfekt Ausrüsten Brennender Heiligen Schein Seelsprozentig Das ist ein Akkopf Sehr in Brand gesetzt wird Aufwand Für vier Sekunden 300% Menis Penis Das ist kurz Irgendwann wohnbar Wenn du Gesundheit Wer besser hat das schon Bremskontrolle Blablabla 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 So, das ist jetzt alles nur Okay Zurück Ähm Das hier unten Würde ich gerne mal haben Oh, ne Da unten Da unten ist noch eins Och man Okay, zurück Darf ich rein Ach hier Nein Ja wie Ja wie Hier Okay Hey du Vogel Das ist es Das ist deine Bewegung Daisy Ein Kind töten, ne? Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut Schneidet man es ab Wächst es einfach wieder nach Oh nein Wenn der Unkraut loswerden will Muss man es mit der Burzell ausreichen Nein Nein Oh Gut gemacht Komm her Wird man nicht echt verrückt Get bored The First Lady Ah, ist klar Bleib hier Warum rennst du weit weg? Ey Was macht sie? Elisabeth W-wieso kommst du nicht da raus? Hm Okay Jetzt haben wir vergessen Komm ich hier noch raus? Nein Jetzt haben wir vergessen Dieses scheiß Elixier da mitzunehmen Ach man Hey Auf wir fliegen jetzt nach Paris Also wir fliegen wirklich nach Paris Und nicht mehr nach New York Du hast deine Haare abgeschnitten Warum? Warum? Warum ist es jetzt andere Klamotten an? Sie hatten nur das Achso Wegen dem Blut, wa? Wie mache ich was? Vergessen Wie wirst du all das wieder los was du getan hast? Was ist das denn? Was ist das denn? Zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. Weißt du, wie das Ding aussieht? Keine Ahnung. Hilf mir suchen. Ist gar nicht so. Autsch. Das ist so aus, als wenn es wehgetan hat. Das ist es nicht. Doch, bestimmt. Nein, doch. Nein, doch. Versuch's noch. Warte sehr. Der langsam ist die echt verrückt. Nein, das ist das Ding. Na gut. Doch. Nein, doch. Nein, doch. Wenn sie das ganze Lied spielen, kommt er wieder. Ich würde sagen, gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020